Hey, hier ist Magnus. Ich habe euch Jungs da draußen fahren sehen. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on. Cheers. Hey, oh man. Wie kommt er an deinen Decknamen? Guck mich nicht an. Du weißt, was das heißt, Bro? Du hast es verdient. Nicht schon wieder. Ihr beide verdient es. Nee, Robs. Ich gönne es ihm. Wie unser Homie hier durch die Straßen rast, kein Wunder, dass Magnus ihn anruft. Weit ist es nicht mehr. Gib Bescheid, dann legen wir los. Komm.